So, wir sind wieder zurück zu Minecraft. Und ich war gerade dabei, diesen Dreck hier wegzubauen. Der baut hier leider nicht von alleine weg. Wir haben eine super Erfindung. Und ja, dann muss ich den Chopper übernehmen. So, Deli, Do, Do, Da, 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 Da. Gut. Ach, Zelda kam schon so oft. So, was anderes. Gut. Bäume sind gepflanzt. Okay, jetzt aber erstmal ein anderes Haus. Wo ist denn... Warum haben die eigentlich jetzt kein Getreide hier? Das könnte ich jetzt wirklich ziemlich gut gebrauchen. Äh, wow. Wow. Wo kommst du bitte her? Und wie hast du mich entdeckt? Und warum bist du so leise? Okay. Also. Nochmal, ich... Hab die Liste nicht mehr ganz im Kopf. Hausenberg wird jetzt gerade gemacht. Das Baumhaus... Muss ich noch ein bisschen Zeit lassen, weil wir haben noch keinen großen Baum. So. Und ich will das auch nicht so eng beisammen haben. Alles auf einem Fleck hier so. Das ist nicht so toll. Dann. Was gab's denn noch? Aussichtsturm und Leuchtturm. Das war's, glaub ich. Dafür brauchen wir Wolle oder ich machen aus... ähm... Cleanstorm. Ähm... Dann wieder ein paar Chicken. Chicken. Wir brauchen euch später, ne? So. Ihr seid dann Teil unserer Farm. So, hier ist noch ein Ei. Oh, wo? Da. So. Da und gib her. So. Gut. Wie groß wird das ganze Ding? Ich schätze mal... Hm. Wie groß? Ich nehm mal an, so... Groß wie ein durchschnittliches... Haus irgendwie. Halt nicht so hoch, aber... Also höher, mein ich. Aber dann eignet sich doch das hier... Das bietet sich hier doch schon an. Ja. So, erstmal ein bisschen... Gras weg. Ich hasse Gras weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Äh, ich brauch grad mal nicht so... Nicht so Einschlafmusik. So. Boah, sie genau so Einschlafmusik. Ist auch. Ist auch. Nur besser irgendwie. Naja. Ist das hier die Einschlafmusik-Playlist? Ich hoffe, ich habe sowas nicht. Ähm. Gut. Das hier. So. Und... Also ich mache jetzt erstmal nur den Umriss. Das baue ich jetzt noch nicht gleich. Äh... 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 1, 2, 3. Nein. Nein, nein, nein. Und du kommst weg. 1, 2. War das richtig? 1, 2, 3, 4. Ja, doch war richtig. Dann hier. 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 Äh... 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 Hier. Hier. Gut. Wo kommen die Türen? Ich... Hä? Ich weiß es jetzt sogar nicht. Ich glaube, ich mache die hier hin. Weil da hinten mein Haus dann ist und dann der Weg hierher kommt. Doch. Ich glaube, das ist besser. Hier. Hier kommt die Türen. Und... Ich mache am besten die zweite Ebene auch gleich noch. Aus Clean Stone. Mit ein paar Anhaltspunkte hat. Wie das jetzt aussieht. So, so. Ach, kacke. Was mache ich denn? Baue ich ihn da schon wieder zusammen. Hm... So. Oh, du, du. Leute, was mache ich denn da? Warum mache ich sowas? Jetzt konzentriert er. So, so. Da, da und da. Gut. Das war doch gar nicht so schwierig. Ich glaube, ich brauche hier am besten mal eine Crafting Box hin. Warum nicht? Und eine Kiste, eventuell. Doch. Eine Kiste. Auf... Was brauche ich denn? Wie brauche ich denn? So und... So. Ja. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt erstmal... Tintenfische, 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 Tint... Tintenfische? Was hat er mir... Ach, der hat mir zwei Tintensäcke. Gut. So. Die brauchen nur zwei Schläge. Was sind das für Weicheier? Naja, egal. Ich muss mir noch überlegen... Oder ihr könnt euch auch mal überlegen, was wir mit diesem Dorf machen. Wollen wir das so behalten? Oder wollen wir alle da drin... Exekutieren am besten? Und, äh... Ja. Und dann am besten das ganze Dorf verbrennen. Ich weiß es nicht. Mir ist es eigentlich... Piep egal. 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 Ähm. Aber den Weg könnten wir übernehmen. Und die Bücher? Nein, die Bücher nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß noch nicht. Oh, da ist schon ein Baum gewachsen. Ich glaub's ja gar nicht. So, dann. Baum. Gib mir dein Holz und... Deine... Setzlinge. Hallo? Naja. So. Warum... Löstet sich irgendwann mal auf? Ach, Baum. Ich komm später wieder. So, ich glaub ich geh da jetzt nochmal da hoch. Und schau mich mal nochmal von oben um. Weil ich mir jetzt noch nicht wirklich sicher bin... Wie ich das jetzt mach. Ich wollte ja eine Farm machen. Und da mach ich dann am besten auch gleich mit Getreide und Melonen und Kürbis und alles. Und ähm... Dafür braucht man schon ein klein wenig... Viel Platz. Also, wo machen wir das jetzt genau hin? Ich glaub, wenn ich jetzt hier hochgehe... Äh... Ja, hier. Müsste ich das doch eigentlich sehen, den Turm da hinten. Ja, ein. Also, ich seh ihn da schon, aber... Ganz leicht nur. Naja. Okay, dann... Runter. Wir bauen... Unsere Farm... Hier drauf, oder? Das wäre doch mal eine Idee. Hier so auf den Berg. Doch, das machen wir. Okay. Gunpowder brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Die Eier auch nicht. Federn? Brauche ich Federn? Nein, nein. Auch nicht. Das auch nicht. So. Gut, ich glaub, ich beende dann hier auch irgendwann gleich den Part. Oder ich geh noch auf dem Weg davor. So, auf, 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 auf. Habe ich genug Holz und alles? Ja, ich denk schon. Auf, 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 auf. Los geht's. Auf jetzt. So. Mal ein bisschen sprinten. Da ist noch ein Baum. Hat er jetzt Zapplings. Hier, Zapplings, wo? Keine Zapplings. Naja. Reiche Ente ist was anderes. So. Auf, 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 hoch, hoch, höher. Am höchsten. Minecraft. So. Hm. Mir kommt das dann doch sofort, ob das ein bisschen ungeeignet ist hier. Oder? Was meint ihr? Also, mir kommt das ein bisschen ungeeignet vor. Ich glaube, ich mach das dann doch. Wo könnten wir denn das machen? Naja, okay. Ich. Mach mal im nächsten Part. Also. Bis dann. Und bleibt dran. Und. Ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bye.